Die Nintendo Switch ist ein einzigartiges Stück Technik, welche sich immer noch größter Beliebtheit erfreut. Unter anderem auch aufgrund des Handheld-Modus und der innovativen Joy-Cons. Aber gerade die haben auch einen entscheidenden Nachteil, die Größe der Tasten. Das führt vor allem im Handheld-Modus immer wieder zu einer schwammigen Steuerung. Eine gute Alternative dazu zeige ich dir in diesem Video. Viel Spaß! Servus Leute, ich bin Slipin' Jimmy und auf meinem Kanal dreht sich alles rund ums Gaming. Wenn du dich also dafür interessierst, dann lass doch am besten jetzt gleich ein Abo da und ansonsten legen wir nun los mit diesem Video. Durch ihre Größe und die kleinen Tasten haben die Joy-Cons schon zu mancher Spielsequenz zur Tortur gemacht. Gerade bei anspruchsvolleren Singleplayer-Games oder auch Competitive-Games stößt der ein oder andere Switch-Spieler hier bei eins an den Grenzen. Auch Nintendo ist sich dessen im Klaren und hat schon lange einen hauseigenen Pro-Controller auf den Markt gebracht. Dieser hat deutlich größere Tasten und stellt einem Xbox- oder Playstation-Controller in fast nichts nach. Für den beliebten Handheld-Modus gibt es seitens Nintendo jedoch keine offizielle Alternative bzw. fast keine. Denn die Marke HORI hat für ihr Split-Pad Pro die offizielle Lizenz von Nintendo erhalten und kann somit als vollwertiger Joy-Con-Ersatz für den Handheld-Modus gesehen werden. Optisch sind die Controller von der Tastenbelegung hierbei identisch mit den Joy-Cons. Wir haben entsprechend eine Plus-, eine Minus-Taste, den Home-Button, die Schulter- und die A-, B-, Y- und X-Tasten und gerade diese sind deutlich größer als der originaler Counterpart. Und auch die Haptik und Ergonomie ähneln stark einem vollwertigen Controller. Das macht sich auch durch das vollwertige D-Pad bemerkbar, was kein Vergleich zu dem klassischen Joy-Con ist. Neben etwas Grip hat die Rückseite sogar ein Backpedal für zusätzliche Tastenbelegung spendiert bekommen und das Ganze kann wie auch die Joy-Cons einfach an der Switch angebracht werden und auch in der Dockingstation könnt ihr die Switch noch problemlos platzieren. Der Joy-Con-Ersatz ist zudem auch ziemlich günstig, auch ohne Rebatte bekommt ihr ihn bereits für ca. den Preis von nur einem Joy-Con. Jedoch muss hierbei auch gesagt werden, dass das Split-Pad Pro von der Wertigkeit nicht an die Top-Verarbeitung eines Joy-Con, mal vom Stickdrift abgesehen, heranreicht und auch eine Bewegungssteuerung und so weiter ist nicht möglich. Ein Akku ist ebenfalls nicht verbaut. Hier hat das Split-Pad Pro also wieder entscheidende Nachteile gegenüber den Joy-Cons. Jedoch liegt der Fokus der Controller auch ganz klar bei dem verbesserten Spielegefühl im Handheld-Modus. Und das schafft er wunderbar. Schon direkt beim Anschließen merkt man einen entscheidenden und angenehmen Unterschied beim Zocken. Die größeren Tasten, der Crip auf der Rückseite, die Haptik im Allgemeinen, all das gibt ein viel besseres und sichereres Spielegefühl beim Zocken mit einer Switch im Handheld-Modus. Gerade für den günstigen Preis kann man aus meiner Sicht mit dem Split-Pad Pro so gut wie nichts falsch machen und es sollte als Zubehör in einer Switch-Sammlung nicht fehlen. Bei Interesse habe ich dir das Ganze auch in der Infobox verlinkt, schau da also gerne rein, wenn du Bock drauf hast. Was ist denn deine Meinung zu den Joy-Cons? Stören dich die kleinen Tasten auch beim Zocken im Handheld-Modus? Schreib deine Meinung gerne in die Kommentare. Ansonsten, wie immer, vielen Dank fürs Einschalten und wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Bis dahin, ciao, ciao!